Yo, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ein bisschen gezockt, ein bisschen MW3 und ich habe das aufgenommen und habe mir gedacht, ich zeige euch da mal ein bisschen von, ich schneide mal so ein bisschen was. Die Runden sind nicht sonderlich gut, also ich habe da einfach so eine übelste Einser-Karte die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, ich wollte einfach das hochladen. Vielleicht ist das ja recht unterhaltsam, aber bevor ich jetzt hier groß rumlabere, Film ab. Ja, die Map. Geht, ich spiele die lieber in Team Deathmatch. Hä? Ja, klar sind wir wieder. Weißt du, du bist in der Herrschaftslobby und kommst wieder in Team Deathmatch. Siehste, das wird wieder mein Tod sein, weil genau in dem Scheiß-Moment so ein Hurensohn einen auf den macht. Ach so, ich weiß nicht. Ich habe das Geld, um, was ich? Ich habe das Geld an! Und das Monat! Ich habe das Geld an! 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 Scheiße, jetzt kann ich wieder nichts sehen. Verdammt. Scheiße, Alter. Nein! Zieh dir das rein, wie viel er schluckt. Hätte ja was werden können. Hä, Alter, wo zum Fick war der denn? Ja, alles klar. Ah, der chillt doch hier einer. Ach, Junge, 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 was ist das? Wir holen Aufklärungsdrohne in Bereitschaft. Da bitte der Heiz kommt. Vorner Seite. Verpitzung einleiten. Feindliche Kobra im Anflug. Wenn du da nicht hinguckst, diese eine Sekunde, kommt er dann. Naja. Wir haben die Führung. Ich hab ihn nur noch geholt. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder dumm gelaufen. Weißt du, weil dieses Drecksteil irgendwo wieder... Ja, wahrscheinlich, ne? So, eine bekloppte Runde, ey. Siehste, dieser Helikopter, der einfach nix mit Skills zu tun hat, der ist wieder dafür verantwortlich, dass ich sterbe. Das ist... What the fuck, Alter. So knapp die Runde, ey. Wir wurden besiegt. Das darf nicht nochmal passieren. Siehste, einfach so eine dämliche Scheiß... Einsacker-D. Es ist immer so. Du machst nicht ein Kill mehr, als du stirbst. Meine Eltern haben mir Nutella-Be-Ready gekauft, Alter. Das ist ja mega schwul. Ich hab nix gegen Schwule, aber... Mittlerweile, Alter, gerade so die letzten Tage hab ich auf MK14 gar kein... Siehle ein. A wird gesichert. B gesichert. Haha. Scheiße, wenn meine Nase juckt, Alter, dann... ...is immer eine Eskalation. Auflehrungsdrohne online. Warum verlieren wir denn schon wieder? Ist hier wieder jemand extrem schlecht, oder? Wir verlieren C. Wir verlieren C. Hätte ja sein können. Wir verlieren C. Wir verlieren C. Wir verlieren C. Na, manchmal hängen die da ja auch hier. Verdammt! Wo zum Fick... Alles klar! Das hat ja überhaupt nicht nach nem Sheet ausgesehen. Zieht er das rein, Alter? Woher soll er bitte gewusst haben, wo ich bin? Alter, diese rufen so ein Hacker, ey. Ohne Witz, ne? 100 Pro hat der an. Ey, will der einen verarschen, oder was? Ja, klar. Dreckiger Hurensohn-Hacker, ey. Weißt du so, das ist Call of Duty, ey. Das hast du in jeder zweiten Runde. Leute, die durch Wände gucken können. Die sind immer im Gegnerteam, ne? Kann sowas nicht einfach mal wenigstens bei einem selber sein? Oh! WTF, Alter! Ja, wieder so ein dämlicher Tod. Weißt du, von zehn Seiten Das ist jetzt natürlich kacke, Alter. Och, komm, ey! So ein Dünnsch ist schon wieder. Wir verlieren A. Du stirbst doch immer so dumm, ne? Wir verlieren Alpha. Wie so ein Inzuchtkind immer. Wir haben A verloren. Ja, das hast du auch in jeder Runde, ne? In jeder Runde eine Host-Migration. Und am besten ab der Hälfte ein Time-Out. Wie dieses Spiel, Alter. Dass ich das so lange ausgehalten hab. Ach, das ist einer von unseren. Oh Mann. Jetzt ist mein scheiß C4 da. Alle Positionen abgeriegelt. Positionen halten. Oh, du sollst doch nicht die Waffe wechseln. Ah, verpiss dich doch, ey. Ach so. Einer aus meinem Team. Dieser, wenn man mehr... Ja, komm. Nimm Eier in den Mund. Wenn man mehr auf seinen Scheiß-Ohr achtet, dass man nicht mal mehr guckt, was abgeht. Hm, schade. Hätte ja was werden können. Ha. Oh, man guckt sich immer andere an, Alter. Die machen das einfach. Die sehen da nichts, Alter. Oh Mann, selber, ey. Spielt dann immer wie so ein kleiner Ruhrangson. Aufklärungstunde gesichtet. Vorräte sind unterwegs. C wird gesichert. Ja. Hat er mich... Ach, der ist schon tot. Vorräte sind unterwegs. Feindliche Boden-Luft-Rakete entdeckt. Oh mein Gott, wie ich ihn nicht gesehen hab. Aufklärungsdrohne einsatzbereit. Ja. Nice. Wieder eine Einser-KD. Läuft bei mir. Naja, wenigstens hat er einen Headshot von mir. Ah. Aufklärungsdrohne bereit. Jessica. War so nix. Oh Mann, wo kommen sie überall her? Sie wird gesichert. Uh, ich hab ne Aufklärungsdrohne. Und keine Hammer mehr. Oh, nein. Oh. Na komm, komm, komm. Och, na toll. Das... 13,8, ne? Die letzten 30 Sekunden haben mir jetzt nochmal ne... Mich vorne ein Sack hat eh gerettet. 않 Lopez. Ja, nochmal. Naja, wir gehen jetztolate. Das ist etwas, da. Das ist ja bis dahin drauf. Und, immer noch ganzbuhr.